Ja, jetzt denkst du nach. Verschwinden wir von hier. Grease, wie wär's, wenn wir etwas umdekorieren? Mantis? Wozu denn? Etwas Kunst an den Wänden würde nicht schaden. Dann sieht man mal was Neues. Seit wann haben Sie Ahnung von Kunst? Das war schon immer so. Damals, als ich jünger war, habe ich mir alles angesehen, was ich im Jedi-Archiv auftreiben konnte. Haben Sie es auch bewertet? Nur bewundert. Als ich Sucher wurde, habe ich einiges im Original gesehen. Es gibt so viele Kulturen in der Galaxis und jede hat ihre eigenen Kunstwerke. Es war atemberaubend. Hier rüber, Junge. Wir landen gleich. Da unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Oh, ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen. Es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das. Nur etwas knifflig. Okay, festhalten, festhalten, festhalten. Perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Kau, hier drüben. Gute Arbeit auf Pogano. Je mehr Infos wir über Cordova und die Zepho sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ich habe von alten Kulturen gehört, weiß aber nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Zepho besessen war. Er hielt ihre Lehren für bedeutsam. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Du solltest aufbrechen. Hier gibt's viel zu lernen. Viel Glück. Ihr zwei habt viel durchgemacht. Ist nicht leicht. Ja, das stimmt. Aber ich denke an die, die an mich geglaubt haben. Wenn ich mich aufgebe, gebe ich sie auf. Solche Leute hast du sicher auch. Prof. Ein Freund auf Bracker. Er hat sich geopfert, damit ich lebe. Er hat an dich geglaubt. Es gibt viele, die von dir abhängen, auch wenn sie es noch nicht wissen. Mach weiter, Cal. Für Prof. Für alle. Hey! Hast du was gefunden, BD-1? Ich kann sie nicht öffnen. Oh, okay. Also, was war drin? Was hast du? Sie sehen unfreundlich aus. Auspassen, BD. Sehr gut. Cal, kannst du mich hören? Simperium, sie haben Seppo. Wären sie der Mantis gefolgt, hätten sie uns schon längst umzingelt. Suchen sie etwa nach den Gräbern? Hoffentlich nicht. Unser Funk geht wieder. Ich versuche jetzt, mich bei ihnen einzuklinken. Ich seh's mir an. Ja. Das war's. Okay, holt ihn ruhig! Jetzt ist es schwer zu verfolgen! Treffer! Ihr dürft nicht die Nästen sein! Na toll, bin ich jetzt etwa allein? Oh, na gut. Oh, es war also was drin. Oh! Oh! Rauf da! Der Jedi ist hier. Verstanden. Wir werden dich ausschalten. Er ist getroffen! Wo ist er hin? Du kannst nicht vor uns weglaufen! Ich sehe dich! Du kannst uns nicht alle bewegen! Ich erledige dich endgültig! Der gesamte Trupp ist am Boden! Ich danke dir! Das sind alles Lügen. Das Imperium wollte nur das Land. Wohin bringst du uns? Das Imperium hat die Dorfbewohner vertrieben. Flüchtlinge verschifft in Arbeitslager und... Schlimmeres. Der Jedi ist hier! Ich muss mich nur konzentrieren! Ich glaube, ich habe in der Nähe ein Yotas gesehen. Wenn... Der Jedi! Nur du und ich abschaum! Der Jedi ist hier! Geh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Wow, das muss einer der Zeffos sein. Wir sind auf der richtigen Spur, was? Achtung, Geh-Nicht! Danke schön! Nicht stillstehen! Nicht nachlassen! Sie konnten dich nicht bewegen! Ich kann es! Nimm das! Die E.D. ist hier! Ich krieg das hin! Hut in euch! Das war's! Zurück, ein Riechling! Ich werde ihn ausschalten! Ich hab's verschwanden! Wir werden problemlos gewinnen! Macht ihn fertig! Dieser Sturmtruppler! Alle verbündeten Einheiten am Boden! Zier, ein Transportschiff verlässt die Basis! Ich weiß. Sie wollen Zeffo-Artefakte nach Coruscant bringen. Was heißt das? Dass der Imperator an Zeffo interessiert ist. Möglich. Das ist noch nicht möglich! Ich bin jetzt auf dem Blchen! Iiiiih... ...und du mit dem Schiff? Ä'trin zerfüllen die Blüten! Ich bin jetzt auf dem Blch! Ich bin Hüfte da! Ich bin jetzt auf dem Blch! Ich kann es nicht auf dem Blch! So high- schemes! Aber es ist eine Blch! Du bist schon ein Blch! Ich bin jetzt auf dem Blch! Ich bin jetzt auf dem Blch! Aus dem Blch! Der Verwunderte hat einen Sturmtruppler erwischt. Ich kann's nicht verschieben. Ich kann's nicht verschieben. Du! Du solltest nicht dir sein! Du bist zu schnell! Gute Arbeit! Du kommst hier nicht lebend raus, Jedi! Ich beobachte dich! Du kannst ruhig blocken! Ich brauche nur ein paar Treffer! Fall nicht zurück, BD1! Hey! Also, was war drin? BD1! 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 Ich bin der Schnee. Schön für dich. Ich bin der Schnee. Gleichzeitig fallen immer mehr Truppler der gefährlichen Fauna zum Opfer. Wir werden unseren Auftrag hier nicht erfüllen können. Ich empfehle daher, das Projekt abzubrechen und nur einen Außenposten zurückzulassen, um unsere Technologie vor Plünderern zu schützen. Was war das? Ich habe ihn im Blick. Er gehört mir. Er weist aus. Nicht nachlassen. Sie konnten dich nicht besiegen. Ich kann es. Bleib. Hey! Was ist es? Was ist es? Was ist es? Was ist es? Hey, irgendwas brauchbares? I don't know.